Willkommen im dritten Teil unserer Serie über die Elsässer in der Bretagne. Hier treffen wir eine junge Frau, die im Obrilsas aufgewachsen ist, die hier in der Lange-Vallée mit ihrem Mann ein Restaurant holt. 1995 habe ich im Lycée-Hôtel-Way von Strasbourg gemacht. Für die Düsseldienste habe ich die Bretagne gewählt. Hier habe ich mein Mann getroffen und er hat mir am Herz gewachsen. Mitnann haben sie vor acht Jahren das Restaurant in Lange-Vallée aufgemacht. Eine Tarte Normande, un parfait et deux moelleux au chocolat. On peut y aller sans presser. Sehr jung aus dem Elsass fortgegen, hat er natürlich nicht geholfen, ihr Elsässer zu entwickeln und zu unterhalten. Niemand redet Elsassisch her. Ich bin ganz allein. Hier kann ich nur redet mit meiner Gross-Tante, die noch in Elsass ist. Bonjour! Bonjour! Ah non, un papa comme ça! Non! Vous dites des... Ou juste sur la terrasse ou? Oui. Aber sie hat Elsass im Herzen und öfters rutscht sie ein kleines elsassisches Rezept in ein bretonisches Essen. Viel weiter mit elsassischem Essen geht sie einmal im Monat, unter der Form eines Stammtischs. Mit ihrem Mann und mit Lucy, wie ihr beim Service hilft, tauscht sie die Tafel mit mehreren Süssisten, geien Bilder aus dem Elsass. Auf den Tisch kommen elsassische Tastegen und das Tafelservice von Overnay. Les gens recherchent ça, vraiment une ambiance alsacienne comme en Alsace. Geien dort, am Oven, kommen die Kunden, manche morgen in den 200 km vor dem Stammtisch in L'Anvalet-Bidinon teilzunehmen. Patrick stellt den Beckenhofen, wie er am Morgen mit dem Morellien gerichtet hat. Warum? Denn zuerst werden die Flammenkischen als André serviert. Mauretto mit Elsasser-Vito-Leven, André, wie hier in den Ferien sind und lebt, wie sie Elsass einfach gerne haben. Ich wohne hier, in Van. Und alle Jahre, ich riebe mir alle Elsasser von Immorbien. Und wir füllen uns, wir füllen uns, wir tanzen. J'ai une gentille femme alsacienne et moi, je suis un Breton têtu. C'est sensationnel. Moi, je ne connaissais pas l'Alsace. Et là, j'ai découvert. J'ai découvert. C'est formidable. On a vécu 12 ans en Alsace. Et l'Alsace, on dit notre Alsace parce que nous manque beaucoup de par nos amis, de par la variété des choses qu'il y avait à découvrir en Alsace. Du coup, vous venez ici, à des soirées Alsace? Ah oui, 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 parce que le contexte, la musique, tout ça, nous rappellent tout ce qu'on a vécu pendant 12 ans. Et on fait un gros schmutz à nos amis Alsaciens. J'hab'mini coussins wieder au vône. Also, ne kommen noch immer zu ihnen. On aime notre manche molle ins Alsace? Ja, ja, sie kommen auch, zwei, drei molle ins Alsace. Et là, on va faire les 20 ans. En ce moment où il y a des rencontres entre Elsässiers et autres Gendens de France, spielt souvent le Comité de Jumelage une grosse Rolle. Dans ce site, par exemple, s'il y a des gens, comme avec Vongenpourg-Engetal, un tausche. On organise des séjours en Alsace. Une année, nous allons leur rendre visite. Une année, ce sont eux qui viennent sur l'envalet. Et puis autrement, on organise une choucroute pendant l'année. Une soirée choucroute où on a 250 personnes à l'envalet. Et puis autrement, on envoie des huîtres au moment de Noël en Alsace. 400 kg de huîtres partent en Alsace tous les ans à Noël, oui. Erst spôt am Oven, hat sich des kleinen Stieg Elsass in der Bretagne aufgelist. Viele erwarten schon ungeduldiges Treffen vom nächsten Monat. So lange mussten wir aber nicht warten, wir sehen uns morgen wieder in Samalu. ... ... ... ... ... ... ...